Dies ist das zweite von mehreren Videos zum Thema Perlin-Noise. Im letzten Video habe ich mit Illustrationen gezeigt, welche Art von Zufallszahlen die Perlin-Noise-Funktion generiert. Das sind Zahlen, die zusammenhängen. Es geht immer rauf oder runter, aber nie mehr als ein kleines bisschen. Und so entwickelt sich über Zeit entweder in einer Dimension eine Art Kurve oder in zwei Dimensionen eine Art Terrain, kannst du dir vorstellen, oder in drei Dimensionen sogar übereinander gestapelte solcher Terrains, solcher Flächen aus Werten zwischen 0 und 1. Und jede dieser Flächen ist nur ein klein bisschen anders als die davor kommende. Und in P5 suchen wir jetzt einmal nach dieser Noise-Funktion. Du kannst zum Beispiel mit der Suchfunktion deines Browsers, du kannst Noise schreiben, dann springst du an den rechten Ort. Es ist hier unter Math, unter Mathematik zu finden. Und es gibt drei solcher Funktionen. Die erste ist die, die diese Kurve generiert, die diese Perlin-Noise-Zahlen generiert. Die zweite bestimmt, wie detailliert diese Kurve ist. Du kannst die Form oder die Heftigkeit dieser Kurve ein bisschen beeinflussen. Du kannst sehr viel Ausschläge auf der Kurve haben oder eine sehr ruhige Kurve. Und die letzte Noise-Seed-Funktion, die bestimmt, wie die Kurve geformt ist. Normalerweise ist es so, dass jedes Mal, wenn ein Programm ausgeführt wird, eine neue Kurve generiert wird. Wenn du aber möchtest, dass jedes Mal die gleiche Kurve verwendet wird, jedes Mal, wenn ein Programm aufgerufen wird, dann kannst du das mit Noise-Seed einstellen. Ich werde nur über die Noise-Funktion sprechen. Aber du kannst mit den anderen selber experimentieren. Ich klicke mal da drauf. Und hier gibt es schon ein Beispiel, wo mit der Noise-Funktion eine Linie animiert wird. Also die X-Position der Linie wird hier mit Noise eingestellt. Und du siehst, die Linie, die wandert über die Fläche. Aber wir wissen nie, ob sie nach links oder nach rechts geht in der nächsten Bewegung. Das ist eine unregelmässige Bewegung. Hier unten weiss ich nicht genau, was das ist. Egal, ich möchte eigentlich nur wissen, wie das geschrieben wird. Hier unter Syntax siehst du, es heisst Noise, dann kommt eine Klammer und dann sind da drei Argumente drin. Zwei davon sind in rechteckigen Klammern. Das bedeutet, dass sie optional sind. Also du kannst die Funktion mit einem Argument aufrufen oder mit zwei oder mit drei. Die Frage ist dann, was du genau willst. Willst du nur Zahlen in eine Richtung oder möchtest du gleichzeitig zwei Richtungen abfragen können oder sogar drei? Und je mehr Erfahrung du damit hast, was du damit tun kannst, desto eher wird sich dir klären, was du hier brauchst. Du musst dich nicht weiter hintersinnen, wenn dir das noch nicht ganz klar ist zu diesem Zeitpunkt. Die Argumente werden x, y und z genannt, weil wir uns vorstellen, dass wir uns auf so einer wellenförmigen Fläche bewegen oder in einem wellenförmigen Raum. Wenn es nur x ist, dann bewegen wir uns auf einer Kurve. Jetzt, wie sieht das aus? Ich versuche hier ein Beispiel zu geben, zuerst einmal, indem ich das mit der Sinuskurve vergleiche. Ich schreibe mir hier kurz Sinuskurve und jetzt probiere ich über die Fläche, 400 mal 400 misst die Fläche, über die Fläche hinein eine Abbildung der Sinuskurve zu legen. Dafür schreibe ich einen For-Loop, weil ich für jedes Frame 400 Punkte zeichnen möchte. Die schlagen dann aus und bilden hier eine Kurve ab. Und als Iterationsvariable brauche ich das liebe i und das i, das soll steigen, solange es kleiner ist, soll immer um 1 erhöht werden, solange es kleiner ist als die Breite. Ich schreibe die Bedingung am Ende, weil wenn ich den Play-Knopf gedrückt hätte, dann würde sich das aufhängen, wenn ich nur diesen Teil schreibe. Pardon, ich muss nicht let schreiben, ich muss natürlich schreiben. i kleiner als die Breite. Das ist so ein typisches, nerviges Element hier im Online-Editor von P5. Wenn ich nur das schreibe und noch nicht geschrieben habe, dass i sich erhöhen soll um 1 bei jedem Frame. Und ich habe vorher schon auf diesen Play-Knopf gedrückt und auf Auto-Refresh. Dann beginnt das ewig zu laufen. Jedes Frame hat hier eine ewige Wiederholung drin, weil i nie erhöht wird und immer gefragt wird, ist i immer noch kleiner als die Breite natürlich, weil es steigt nicht. Und dann bleiben wir hier auf dem ersten Frame hängen und die Eingabe-Funktion hängt sich auf und es geht gar nichts mehr. Darum habe ich mich jetzt angewöhnt, das immer zuerst zu schreiben. Hier hinten immer zuerst i gleich i plus 1. Okay, und jetzt brauche ich einen Punkt. Ich möchte Punkte zeichnen und die brauchen zwei Argumente, eine Position. Und dann möchte ich hier Werte. Ich setze es mal auf 0 und dann Play. Und jetzt werden hier 400 Punkte gezeichnet, weil 400 mal zählt es rauf. Dann ist dieser Wert erreicht von 0 auf 399 und da oben, ganz klein, sind diese 400 Punkte. Jetzt kann ich das i verwenden als x-Position und jetzt sehe ich da oben auch schon die Linie. Wenn ich jetzt y auf 100 setze, dann kommt die runter. Und selbstverständlich könnte ich gleich i hier hineinschreiben, aber ich mache jetzt hier diesen extra Schritt. Einfach so. Und anstatt 100 möchte ich jetzt hier die Werte, die dieses i benutzen, um die Sinuskurve, die Sinusfunktion zu füttern. Also ich schreibe Sinus und da schmeisse ich dieses i rein. Also i wird immer höher, wird immer grösser und die Sinusfunktion lässt mir Werte zwischen minus 1 und 1 raus. Das wird jetzt nicht so gut funktionieren aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal will ich nicht minus 1 und 1. Da oben sehe ich auch schon irgendetwas Lustiges. Das ist wahrscheinlich eine Sinuskurve, sehr verpixelt. Ich multipliziere das mit, sagen wir mal, 180. Und jetzt kriege ich hier etwas ganz Seltsames. Das sieht aus wie eine zufällige Verteilung. Das ist zwar so ein bisschen ein Muster absehbar, aber nicht das, was ich erwarte. Das ist sicher nicht die Sinuskurve. Woran liegt das? Es liegt daran, dass i von 0 auf 399 rauf geht. Und dann ist diese Bedingung hier nicht mehr gültig. Dann ist i gleich gross oder grösser als die Breite. Also wird abgebrochen. Aber diese Werte, das sind ganze Zahlen. Und die Sinusfunktion, die will natürlich Werte zwischen 0 und 2Pi. Also Werte in der Einheit der Radiant oder auf englisch Radiance. Und ich könnte jetzt versuchen, da oben schon 400 geteilt durch 2Pi zu rechnen oder irgendwie sowas. Und dann wird es kompliziert. Was ich auch tun kann, ist eine Übersetzung. Es gibt die Funktion Radiance und die übersetzt von Grad nach Radianz. Und dann kann ich das i hier hineinschreiben. Und jetzt sehe ich eine Kurve. Jetzt geht mir diese Kurve hier oben raus. Und das liegt daran, dass ich hier von 0 auf 1 raufgehe. Und dann komme ich wieder runter. Dann bin ich bei 180 Grad. Also einmal um den Kreis rum. Auf der anderen Seite runter. Und jetzt gehe ich unten durch beim Kreis. Dann wird Sinus kleiner als 0. Und darum liegt diese Position hier außerhalb der Fläche. Jetzt wie kann ich das korrigieren, wenn diese Werte, die die Sinusfunktion liefert, zwischen minus 1 und 1 liegen, dann kann ich sagen, ja, ich möchte 1 dazu zählen. Und dann kriege ich Werte zwischen 0 und 2 und nicht mehr zwischen minus 1 und 1. Also schreibe ich hier plus 1. Jetzt, das nützt natürlich nicht viel, weil das bedeutet dann hier einmal 180 Punkt vor Strich. Darum braucht es eine Klammer mehr. Und jetzt habe ich die Resultate der Sinusfunktion 1 dazu gezählt. Jetzt teile ich es durch 2 und dann kriege ich Werte zwischen 1 und 0. Und jetzt ist hier unten 180. Da habe ich die Sinusfunktion. Und das ist eigentlich ganz okay. Lasse ich das mal so. Und dem gegenüberstellen möchte ich jetzt eine andere Kurve. Nämlich, ich möchte wieder 400 Punkte zeichnen. Ich kann das mal copy-pasten hier. Es wird eine Fehlermeldung geben. Nein, wird es nicht, weil... Ich dachte, es gäbe eine Fehlermeldung, weil ich die gleichen variablen Namen benutze. Aber ich bin hier unten in einem eigenen Scope. Also hier zwischen diesen Klammern darf ich x und y wieder benutzen. Auch wenn ich das mit Const mache. Okay, jetzt möchte ich nicht mehr die Sinusfunktion brauchen, sondern hier brauche ich jetzt eben Noise. Jetzt gibt es eine Fehlermeldung. Schnell, schnell, Noise schreiben. Und hier kommt jetzt wieder das i hinein. Und jetzt habe ich da oben irgendwas komisches. Jetzt muss ich das runterkriegen und das könnte ich tun, indem ich hier die Translate-Funktion verwende und sage, ich gehe 200 Pixel nach unten. Jetzt, warum liegt das so eng beieinander? Weil Noise generiert Werte zwischen... Ich kann es mal rauslassen hier. Das alles ein bisschen verlangsamen. Aber das sind, hoppla, schon 5000 Werte. Das sind alles Werte zwischen 0 und 1. Weg damit. Sonst wird das hier zu langsam. Und dann sehe ich hier natürlich nicht viel Ausschlag. Jetzt könnte ich auch das mit 180 multiplizieren wie oben. Und das sieht jetzt noch nicht sehr zusammenhängend aus. Und das liegt jetzt eben daran, dass ich zu schnell über diese Kurve hüpfe. Also wenn ich hier nochmal zur Illustration zurückgehe. Wenn ich zu schnell hier drüber springe, in zu grossen Schritten, dann kriege ich Ausschnitte aus der Kurve, die nicht zusammenhängen. Ich muss mich hier ganz langsam der Kurve entlang schieben. Nicht zu schnell. Sonst kommt es aufs Gleiche raus, wie wenn ich random verwenden würde. Also hier zum Vergleich. Das Copy-Paste und dann tatsächlich random einsetze. Dann sieht es ähnlich aus. Nur, dass es hier jetzt noch von Frame zu Frame immer anders wird. Es gibt dann so eine sich bewegende Wolke. Immerhin bleibt es hier gleich. Also die Kurve bleibt innerhalb der Ausführung dieses Programms. Hat die gleiche Form. Aber ich springe zu schnell drüber, dass dieses I, also in einer Schritten über die Kurve springen. Das sind so grosse Schritte. Jetzt gehen wir mal, machen wir es kleiner. Und jetzt beginnst du schon hier ein bisschen die Kurve zu sehen. Und wenn ich es noch kleiner mache, jetzt habe ich die Kurve. Also je nachdem, wie gross die Schritte sind, die ich benutze, um hier über diese Kurve hinein zu gleiten, mich darüber zu bewegen, je nachdem, wird das besser abgebildet oder weniger gut abgebildet. Oder kriege ich zusammenhängende Werte oder nicht. Und ich kann das noch langsamer machen. Also wenn ich jetzt auf Tausend, Tausend heruntergehe, dann bewegen wir uns hier langsam nach oben und irgendwann geht es wieder herunter. Das sehen wir jetzt gar nicht. Und was ich jetzt tun kann als Trick ist, dass ich, wir gehen jetzt mit dem I von 0 auf 400. Was ich jetzt tun kann, ist, dass auf dem zweiten Frame wir nicht von 0 auf 400 gehen, sondern von 1 auf 401, sondern von 2 auf 402 und von 3 auf 400 und so weiter. Und das kann ich tun, indem ich FrameCount verwende. Also zuerst einmal hier oben. Wenn ich da FrameCount dazuzähle, und FrameCount, das ist die Anzahl vergangener Frames, dann kriege ich hier schon mal die bewegte Sinuskurve. Und wenn ich es da unten mache, plus FrameCount, jetzt gehe ich sehr, sehr schnell über diese Kurve rein. Es hängt zwar zusammen, aber es geht so schnell, dass ich immer mehrere Kurven gleichzeitig sehe. Also muss ich auch hier das Tempo verlangsamen. So. Und jetzt bewege ich mich immer noch recht langsam auf der Kurve. Also ich könnte ja sagen, ich mache hier noch ein bisschen mehr Tempo. Also ich teile I durch 100 und ich zähle für jedes Frame auch ein Hundertstel dazu. Und so bewegen wir uns jetzt langsam über diese Kurve. Das war PerlinNoise in einer Dimension. So kriegst du solche Kurven, so kriegst du Zahlen, die von einem Aufruf der Funktion zum nächsten nahe beieinander liegen. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir damit tun? Das versuche ich im nächsten Video zu zeigen.